Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Bilg. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 56 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 750 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Bilg.